so leute keine angst wir machen jetzt keine modenschau aber ihr habt ja in dem anderen video alwin auch schon in diesen klamotten hier gesehen und der typ ist kein holzfäller nein aber das hier das ist motorrad bekleidung und das wisst ihr ja dass ich mittlerweile motorrad jeans schon etabliert haben wir haben hier auch noch mal ein modell mitgebracht also die gibt es nicht nur ein klassisch blau nein die gibt es auch in schwarz und wichtig ist dass das immer zertifizierte motorrad bekleidung ist bei den jeans kommt es darauf an dass natürlich knieprotektoren drin sind und dass ihr in der hüfte zumindest welche nachrüsten könnt wenn vielleicht von haus aus auch noch keine dabei sind das hemd das alwina trägt wir haben hier noch mal eins dabei das ist motorrad sicherheits bekleidung das heißt auch hier sind protektoren in den schultern drin genauso in den ellenbogen alwin hat hier schon einen rückenprotektor nachgerüstet wir haben das hier noch mal in der rohfassung da fehlt das gute stück noch ist aber gar nicht schlimm denn die gibt es da zum nachrüsten und der muss für die fahrschule als auch für die prüfung unbedingt da rein woran erkennt ihr zertifizierte motorrad bekleidung und das ist vollkommen egal ob das ein handschuh ist eine hose eine jacke oder auch ein stiefel es muss einfach achtung hier haben wir es dieses motorrad fahrersymbol einmal da abgebildet sein das ist im endeffekt so kann man sagen wie ein tüv stempel für klamotten dass sie motorrad tauglich sind und das gilt sowohl für das hemd als auch für die jeans aber zum beispiel auch ihr werdet es nicht glauben wir schauen gleich nach motorradfahrer beziehungsweise in diesem falle motorradfahrerin denn das hier ist eine motorrad leggings man glaubt es kaum aber auch das teil ist zum motorrad fahren geeignet sieht er ziemlich klein aus ist auch wirklich sehr sportlich geschnitten aber das geniale an diesen materialien ist die sind eben auch sehr sehr stretchig und das ist klasse weil in dem falle die dame dann auch wirklich knackig gekleidet auf dem motorrad hockt es gibt das ganze für herren auch als jogginghose die haben jetzt leider nicht dabei aber ihr könnt sozusagen direkt von der couch aufs moped und das ganze ist erlaubt fakt ist alwin ist da seiner zeit so ein bisschen voraus muss ich sagen hat sich aber und das kannst du gleich selber noch mal sagen am anfang auch ein bisschen schwer getan haben wir auch wirklich schwer getan ist es ist schon ein bisschen schlechte außenwirkung wenn man denn an der ampel steht mit jeanshose die leute die gucken manchmal noch schon situationen dass kollegen meinten was machen die denn da bilden in jeanshose aus und das dann auch prüfer mal zu den kollegen gesagt haben du das kann ich mir bei denen nicht vorstellen das sind mit sicherheit zertifizierte schutzkleidung mit abriebsfesten klamotten unter sachen verstärkt und so weiter und da legen wir schon großen wert drauf dass das alles vorschutz mäßig aber und das ist halt einfach das wichtig ist hat sich da sehr sehr viel im bekleidungssektor entwickelt und das heißt nicht jeder fahrlehrer also allgemein gesprochen jede fahrschule weiß über diese entwicklung bescheid das heißt klärt doch bitte auch im vorfeld ab darf ich damit bei euch fahren aber auch wird der prüfer das akzeptieren das ist noch umso wichtiger das muss er unterm strich wenn es c zertifiziert ist ja okay und das kann man ja zeigen und dann gibt es auch keine schwierigkeit dass das wirklich auf jeden fall machen klar tun sich da einige schwer mit habe ich mich wie gesagt am anfang auch sehr schwer mitgetan aber man muss auch so sehen man erschließt sich auch einen neuen kundenkreis in der fahrschule die einfach sagen ich habe da keinen bock drauf auf solche motorrad klamotten hier lederkombi und schweres textil und ich möchte einfach so wie so ein biker hier vielleicht eine shopper fahren auf der ich einfach in meinem holzfällerhemd in anführungsstrichen da um die ecke kommen und alle denken was ist das denn für einer und das ermöglicht die industrie indem die solche produkte liefert die eben zertifiziert sind und für den gebrauch vorgesehen genau oder auch wenn es nicht das holzfällerhemd sein soll mit so einem klassischen hoodie hier und bei dem ist es jetzt zum beispiel auch ganz genauso da sind protektoren in den schultern und in den ellenbogen aber was fehlt der rücken und dafür kann ich wiederum genau dieses teilchen nachträglich einbauen oder mit schildkröte fahren oder mit schildkröte fahren genau es gibt ja auch diese umschnallprotektoren für den der das dann eben entsprechend mag genau dann haben wir noch was für die hände und bei diesem beispiel hier bei diesen handschuhen ist es so sie sind verflucht dünn das ist zum beispiel sogar ein veganer handschuh das heißt das hier ist kein echtes leder das ist kunstleder fühlen sich wahnsinnig wahnsinnig gut an und haben halt diesen riesenvorteil dann eben auch dass man einen guten griffkontakt zum motorrad hat das heißt das spürt man dann gerade für fahr anfänger auch wirklich gut was man da vorne am lenker so alles tut das kann ja niemals schaden das nächste ist auch hier muss ich nur gucken auf welcher seite ja dieses motorrad fahrer label einmal sogar fest eingenäht gott sei dank bei den klamotten ist es so ihr habt es ja gesehen das sind das dann eben solche kleinen fähnchen kommt bitte nicht auf die idee die rauszuschneiden weil er sie irgendwie lästig findet in der prüfung wird es dann schwierigkeiten geben also in letzter konsequenz kann man so sagen gucken wir jetzt das ja zertifiziert und dann steht der prüfung eigentlich auch nichts im wege dann also wenn die wenn die klamotten eng anliegen sind natürlich wenn er jetzt wie ein kartoffelsack ist und das darf natürlich nicht sein muss schon fassen aber es gibt eben auch wenn ihr dann den motorrad führerschein habt und unterwegs seid es gibt auch länder die wollen unter umständen bei einer verkehrskontrolle auch wirklich sehen dass es zertifizierte motorrad bekleidung ist und wenn ihr das rausgeschnippelt habt ja dann ist das auch doof okay für die hände haben wir jetzt auch was und jetzt kommt noch zum thema schuhe alwin hat das ja auch schon mal erwähnt heute so richtige geniale motorrad stiefel sind natürlich das non plus ultra aber für diesen vielleicht etwas jugendlichen kundenkreis oder für die die mit dem motorrad zur arbeit fahren und dann auch nicht wechseln möchten und den ganzen tag dann motorrad schuhe tragen möchten die aber nicht nach motorrad schuhen aussehen gibt es auch sowas hier alwin ist da ein bisschen kritisch aus einem bestimmten grund sag mal ja also die die sehen ja erstmal so ganz nett aus man kommt vielleicht nicht darauf dass das motorrad stiefel sind so wenn man es anfasst merkt man schon dass es stabiler gebaut ist die problematik die wir da so sehen ist halt in der in der ausbildung wenn man jetzt die schnürsenkel hier außen so hat und und würde jetzt das war jetzt der falsche fuß aber wir nehmen einfach mal hier und manchmal steigt vom fahrzeug ab und das bleibt jetzt hier irgendwo im schalthebel oder bremshebel auf der anderen seite hängen und man kommt jetzt mit dem fuß nicht auf dem boden oder fällt dann um das natürlich schon nicht ganz ungefährlich müsste man schon sehen dass man das irgendwo so zu macht dass das die nach innen hin verschwinden und man nicht nicht gefahr läuft das würde auch in den prüfungen schwierigkeiten geben das prüfer monieren und dann dürfte man nicht fahren das ist einfach zu unfallträchtig kann man aber sicherlich lösen indem man das rein macht ich glaube ich hatte noch ein anderes paar mit das gefühl mir besser das gefühl auf jeden fall eher ein daumen hoch sage ich mal von der optik kann ich das schon verstehen dass einige sowas bevorzugen aber dennoch jeden fall darauf achten und hier ist das natürlich super gelöst dass hier eine schlaufe drüber ist und man nicht gefahr läuft dass die schnürsenkel da irgendwo hängen bleiben und die sind natürlich auch ein bisschen hier ausgeprägter dass das im endeffekt wenn man das hier ein paar mal geschaltet hat und so weiter ich glaube dass das schon auf auf dauer dann nicht mehr ganz so schön aussieht da aber sicherlich für den anfang ist ja auch ein preis leistungsfrage ich glaube der ist wesentlich teurer als der da geht es echt nur um die optik ja genau nur nur da müsste man eben halt aufpassen in letzter konsequenz könnte man ja auch mit so einem panzerband klebeband arbeiten dass das eben abgedeckt ist und man da wirklich nicht gefahr läuft dass die schnürsenkel da rauskommen aber ansonsten gefallen die mir eigentlich ganz gut deswegen haben wir einfach mal stellvertretend hier zwei verschiedene paare dabei natürlich der eine der glänzt mit seiner optik natürlich auch und am ende habe ich ja als motorradfahrer vielleicht auch nicht nur ein paar stiefel sondern ein paar mehr und dann suche ich mir das dementsprechend raus aber es entwickelt sich eben weiter und man kann heutzutage wirklich freizeitmäßig auf dem motorrad hocken und auch bei albin ist es angekommen und er hat es ein bisschen abgesegnet das finde ich gut und dementsprechend schaut euch bei louis um was wir so locker leichtes fürs motorrad fahren haben vielen dank